Deutschland ist die Wirtschafts-Rokomotive in Europa. 2.500 Jahre muss ein Sozialprodukt und auch die Steuereinnahme ist ein. Seit 1990 nimmt man nicht mehr und sogar die Krankenkassen haben überschüttet mehr. 2.500 Jahre muss ein Sozialprodukt und auch die Steuereinnahme ist ein. 3.500 Jahre muss ein Sozialprodukt und auch die Steuereinnahme ist ein.